Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft 2 wir spielen äh 2 games fuck logic äh ich bin aber nicht alleine denn bei mir ist der Kekun und der Kingo der wohl kein Skinner hat und geht um du musst du hier ich bin Plattform Village ja ich bin Plattform das klingt so bescheuert Alter Plattform Loll hier gibt's mehrere Spawns ähnlich im Ernst die Euro war scheinlich Oh Steinschwert das ist doch Team SG oder ja Kingo komm mit mir ich sprach natürlich immer weg von euch Alter jetzt so ein äh wo bist du hinter dir komm mit dem wir schlafen sehen ich muss dich noch mal noch noch mal Schlachten nach mal nach mal Schlachten ja noch mal noch mal und hier könnte man voll so meine Ange ist gleich kaputt man könnte jetzt hier so diese diese Szene ist unter 18 Jahren nicht erlaubt könnte man jetzt die Folge Entschuldigung ich wusste nicht dass du vor mich rennst oh mein Gott ich bin gleich tot wir hoffen das wasser ich überlebe nicht auch kurz hier oben ist noch nicht ich brauche Kisten wo seid denn hier ja wir sind unten unten in einem Team ne doch nicht komm komm mir drauf ja ich hab nur drei Herzen oh der den Kettenhelm ich hab ich hab 5 oder 5,5 ja jungen ich brauche er hat uns braucht die Schwert du hast mich gerade geschlagen ja ja komm neun ist lecker ich bin unten 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 dann könnt ihr mir mal bitte helfen wobei denn ich brauche ein Schwert und ich bin ungeschützt ich bin leichtes Fischfutter ich hab mit keinem Dings kein Schwert oder so ich tue hier mal groß Hühnzchen rein er sie hat immer noch ein Eisen no ich hab da sehe ich jetzt oh scheiße je denn mit der Kärdia sind nur Dings äh dia nö schade komm wir hatten Dings ey wartet auf mich wir hatten Dings es gibt nur noch uns drei und diesen x äh y hat jemand ein kleines Schwert oder ne Axt oder sowas ich hab ne ich hab n Dings äh Goldschwert ja gib ma's ja ich weiß nicht wo du bist ich bin hinter dir ja ich hab's da hingeschmissen oh nice so hier ist noch ne Kiste oh Kettenhemd wenn wir mal ein Kettenzeug ich hoffe dass ich hoffe dass ich gerade auch nehme mein Golds Dennis hier Goldharnisch der äh x y time kommt der kommt die Treppe hoch ja bereit machen bereit machen wir sind mehrere Hilfe Hilfe kommt alle hoch ganz da oben oh ich hab's wir haben's geschafft ey gib mal sein Stein Mensch wird doch schon eins ja warte ich hab noch ein Eisen warte ich hab gar nicht das Eisen ja aber du bist du keine Ahnung dann bist du zu OP nein du kriegst das Eisen nicht ja und ihr habt ihr habt mehr Rüstungsbalken als ich ich hab's gut ich hab sechs ich hab 4,5 ich hab n Gold die 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 was denn das Eisen ach so ich hab aber kein Stick ich hab ein Stick doch jetzt müssen wir wieder 100 Jahre warten das so langweilig in der Aufnahme 11 Minuten ja gut äh wisst ihr wo eine Werkbank ist ne ich such grad ein oh mhm keine Musik weil wir nicht gleich einfach mitten in der Runde hier Dingsen äh einfach kämpfen ja weil das ist richtig langweilig in der Aufnahme 11 Minuten zu warten ja das stimmt ja ja ich hab ne Werkbank gefunden äh warte äh da ist so klar die wurde schon gelootet hier warte hier ist komm 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 ach so das ist K.A.D. wo bist du Kingo hier 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 ich komm ich bin grad hinten neben dir da komm jetzt ja ich erkröp mich noch mal hier ne ich hab n Verzauberungstisch leuchte ich kann mein Steinschwert verzaubern Schapnis 1 jawohl K.A.O.D. sind sie die Blätter auch zu was denn denn den Kisten ist nie was drin ich bin doch richtig ich bin doch richtig erst weiß da kommt man nicht hin nicht mich jetzt unterschubsen okay das wird jetzt in der Köln es gibt hier keine Enderperlen nicht da ist nie was ist das Klopapier ist das Klopapier es hat die Papier das Klopapier ist weg oh man wann wollen wir wann wollen wir einfach fighten gleich oh oh ein bisschen eine Quips Haus der wilden E-Blue oh ups ja komm wir kämpfen jetzt einfach gleich in der Mitte okay ja wenn ich weiß wie es wieder zurück geht Prozent nein es lebt ich werde es einfach nur so Prozent und da hat es bei mir geleckt und wieder Prozent ja ich hab mein Fett so offen weil mir ist wieder mal heiß die das ist heißt die ganze Zeit oder Orsha und drei Pünftige warum bin ich warum müssen wir heißen sich selber heißt und er hat einen Sprachstuhl Leutzer Altsheim an Burgen ich nicht mit Boni vor Alter wie soll man da dran kommen da kommt man nicht dran wo ist es unmöglich das versteckt nicht hin das versteckt er nicht auch noch nicht die Tüte 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 er soll als erstes gegen ihn kämpfen ich hätte es gibt in Hessen er wird nö warum und Junge Nö die Sohn weil ich sie zu gut wieso ich kein Bock habe als der verzaubertes Schwert ja ich hab nie ich hab kein verzaubertes Schwert nein gar nicht ja hat Simon ein verzaubertes Schwert nein nein du aber ich hab auch keins du hast doch gerade selber gesagt ich kann mein Dings Steinschwert verzaubern ich hab Schwerver 1 drauf bekommen ja ok ich weiß schon mal wo du gehst Dennis Junge Alter ja was ist da so schlimm ja weil du dann wieder in oder ich töte jetzt einfach gegen Kekun und geht 1 drücken du wachst mit dem Schlund Meisten ich bin grad irgendwo untergefallen und hab nur und hab Prozent sie d sind t die tut Rüebsen was er steht nicht mehr vor dir denn es ist genau wo ich stehe hier hier ist er nicht ich sehe nicht er hat sehr unsichtbar das kenne ist er macht effektiv Begründung wieder raus äh raus wenn das nicht hilft das hat selber das hatte bei mir selber auch geklappt wenn du mich währenddessen jetzt tötest ich könnte dich töten manchmal verplay genau wie du bei gario alter ich hab mich mit der angel gehauen ich weiß kommst du das ist ja genau hinter mir ich ich sehe den immer noch nicht hier warte hier ist der ja ich sehe den immer noch nicht alter ja ich kann ihn hinten aber ich sehe den nicht soll ich dann als erst gegen kingo kämpfen ja oder ihr zwei als erstes nur weil du ein scheiß eisenschwert hast alter du wieviel wieviel stimmig macht entsperrt wieviel macht deins 6 6,25 ja und ja und ich meine es macht 6,25 können wir jetzt mal irgendwie anfangen ja ja macht ihr oh scheiß drauf komm macht achso los achso ja nein ich sehe nur das ist so ein witz ey ok es jetzt es jetzt ok eine minute können wir auch dev mitmachen kingo du bist ein kleines schwein alter wieso weil du zu feige bist nur weil du ein scheiß eisenschwert hast wolltest du nicht mit ok mit simon kämpfen du weißt du hättest gegen den verloren na sei ruhig du hättest verloren du weißt dass der dich gekillt hätte ich hätte dich gewonnen höchst mh nicht angreifen hätte ich das gesehen ich hätte ich hätte eine hit kommen umgehen jaja mit dem bauch oder was nö mit meinem schwert du musst mich ja nur egal jetzt simon 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 also ich ich stecke also ich ich komplett und nicht mehr noch die manikettensachen von dem nein gibt gar nichts 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 es gibt gar nichts mehr als gesetzten sachen das der feststattel ist also ich bin auf jeden Fall die Zeit ich bin drei ich bin total ein kleines 1 sie hätten schon gehalten ist total das total unparteisierte sie nun ist immer noch nicht ich bin immer noch nicht ich bin schlecht mit den Burgen und ich treffe den Nils ich treffe den doch die ganze Zeit Hacker ähm bei mir wurde die ganze Zeit angezeigt dass ich den getroffen habe aber der das wurde nicht getroffen bitte melde Hacker unter www.dassamtsd.support Spieler melden okay gehe ich mal ganz kurz drauf GG an Markus mit seinen Hacks ähm ne war Spaß jo ich glaube die Aufnahme ist damit auch vorbei ja ja ciao äh ja also hier äh hält du mal bitte dein Maul sonst mir ich glaub ne ja da so also ähm gebt auf jeden Fall einen Daumen nach hoch ähm wenn es euch gefallen hat ein Abo wäre auch cool und äh ja schaut doch bei den anderen zwei Jungs vorbei schaut mal checkt mal ihre Sichten aus also ähm links in der Beschreibung natürlich wie immer und ja dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal haut rein tschau tschö